Alter, oh Gott. Oh Gott. Ähm, das sind flüssige Metalle, die hier gerade auf mich zukommen. Das ist jetzt nicht so toll. Was bist du? Alter! Okay, ich habe jetzt ein... Oh Gott, ich habe Respekt vor diesem Meister. So, nehmen wir uns mal die unlesbare Metis mit. Ähm. Dann ziehen wir mal dran. Ah, darf das Metall mal weggehen? Das ist ja ekelhaft. So, jetzt... Oh Gott, wie soll ich den machen mit den ganzen Metallen? Das wird nichts, Leute. Das wird der erste Meister, wo wir ordentlich verkacken werden. Also, wo ich ordentlich verkacken werde. Ihr macht ja nichts. Ihr fiebert hoffentlich mit. Oh Gott. Warte, hat das gerade geschrien? Jetzt habe ich da ein bisschen Respekt vor. Wenn Sachen schreien und verschmerzt schreien, habe ich immer... Äh, was ist denn Angst? Was ist denn wirklich weh, Tue? Och, komm schon. Wie soll ich dem denn weh, Tue? Ah, ich bin jetzt schon wieder fast tot. Und... Ah, was ein Fuck, ey. Moment mal. Inferner Bombe vielleicht. Hier ist das Ding euch. Hier brennt ja nicht. Ihr seid Metall. Scheiße, ey. Wollt eigentlich nicht die Kombo auslösen. Wo ist das Loch? Da ist das Loch. Wir ziehen das jetzt einfach mal in die Richtung. Huch. Und so ausfahren ist das irgendwie sehr merkwürdig. Und immer resettet der sich. Oder sie. Es ist eine sie da oben. Wir sehen es ja. Es hat Brüste. Eine Andeutung davon. Zieh dran. Zieh dran. Komm. Bitte einmal richtig Schaden machen. Bevor mir das Metall-Ding da zu nahe kommt. Okay, hier ist das... Wieso darf ich denn nur eine Klappe öffnen? Ich find das nicht nett. Okay, hier ist, glaub ich, näher dran. Und dieses Metall, was sich hier bewegt, ne? Das ist gar nicht so geil. So, zieh mal dran. Aber sie merkt, wenn ich... Zu nah dran bin. Ach, fuck it. Hör mal auf, sich zu materialisieren. Ich muss die einmal materialisieren, glaub ich. Damit die weg sind. Damit die mich in Ruhe lassen. Ich glaub, so ist am besten. Ja, so ist am besten. Weil dann sind die weg. Die verwandeln sich zwar irgendwann zurück. Aber... Ich habe mehr Zeit. Meine Kette brauchst du lange. Ich will eine bessere Kette haben. So, das war gut. Das machen wir jetzt noch ein paar Mal. Aber die geht gleich in Rage-Modus. Aber das ist dann nicht mehr so geil angenehm. So geil angenehm, ja. So geil angenehm. So, ich glaub, die Seite ist ganz gut hier. Materialisier dich mal. Soll jetzt einfach mal ganz professionell materialisieren. Ob das gar nicht so professionell ist. So. Drehen. Bis man den Boss versteht. So. Aber es ist eine coole Mechanik. Das muss ich dem Spiel lassen. Ja, resettel dich halt. Wenn ich dich gerade passend gedreht habe. Dann resettel dich. Komm. Komm schon. Aber da habe ich die Kette zu überstrapaziert. Dann nochmal. So, jetzt endlich schnell zum Fleisch. Wir haben gerade kein Erz, was uns nervt. Also. Nein. Ah. Ich wollte nochmal ziehen. Okay, da ist. Da ist das Ding. Ich weiß noch nicht, warum ich immer an dem. An der Kammer drehen will. Ich kann ja überall ziehen. So, warte. Jetzt lass mich aber mal hier machen. Ping, ping. Nein. Nein. Zieh doch dran. Zieh doch dran. Warum ziehst du nicht dran? Ach, Aaron. Wenn du nicht ewig Zeit. Du kennst das doch das Spielchen. Ich glaube, wenn ich jetzt so rumziehe, ist besser. Oh. Das ist stressige Bosskämpfe. Aber das ist ein Bosskämpfe da, ne? Um zu stressen so ein bisschen. Jetzt müsste ich einmal bitte zu ihr rüber. Denn ich habe die Vermutung, dass die Kamera gleich da ist. Und auch nicht. Ja, da ist sie. Okay. Einmal noch. Und nochmal. Komm. Ach ja. Sättel dich halt. Ich hasse das. Tu das doch nicht immer, wenn man gerade fast fällig ist. Ist das die Zeit, wenn die auch die Zeit ist? Rausfahren. Wie viel Zeit man noch hat? Kann das sein? Ja, das kommt sehr gut hin. So habe ich jetzt nicht mehr viel Zeit. Kann ich die echt nicht kaputt ziehen? Nee. Ja, das wird nichts. Auch die Runde muss ich aussetzen. Oh. Okay, man kann sie kaputt hauen, aber... Geil ist das alles nicht. Geil ist anders. Und... Irgendwann habe ich das Gefühl, wenn ich nach links ziehe, ist das immer schneller. Brauche nur so ein Gefühl. So, jetzt... Zieh dran. Moment. Ach ja, scheiße. Ja, treff halt nicht, Aaron. Aaron, du bist kacke. Aaron, manchmal bist du echt kacke. Ich hasse dich manchmal. So ein bisschen. Vor allem beballert die dich ja mit Sachen, ne? Das ist nicht mehr feierlich. Wo ist das Ding? Ach scheiße, in die andere Richtung wäre besser gewesen. Da hätte ich sogar nur ein Marzin brauchen. Ich ziehe die Kette ein. Wo ist der Zoll? Körse. Ach, komm schon. Wie schnell soll ich denn sein? Mein Gott. Schnell. Ja, dreh dich halt zurück. Warum drehst du dich zurück? Ich ziehe die Kette ein. Und jetzt hast du Zeit. Ohne Ende. Zieh dran. Gut. Einmal noch das Ganze. Dann haben wir den Boss doch relativ... Ja, von wegen. Relativ gut geschafft. Was ist denn jetzt? Alter, was? Das tat weh. Moment. Hä? Was ist denn jetzt kaputt hier? Alter, was? Die versperrt mir Wege. Oh, komm schon, Mädel. Von versperrt sie mir den Weg zum... Aua. Ja, zum Aua. Was zur Hölle? Kann ich das kaputt machen? Ah, es verschwindet nach einer Zeit. Aber ich hab nicht mehr... Na, komm. Vergiss es. Die Runde haben wir auch verloren. Hoffentlich macht ihr das jetzt nicht immer. Na doch, macht so. Ja, toll. Hä? Hä? Ah, Leute. Kann man die wieder reinschlagen? Wie soll ich denn da drankommen? Wie soll das gehen? Kannst du jetzt mal bitte ziehen? Kack Ding. Kriege ich echt nur die eine Sekunde Zeit hier? Wenn die einen Scheiß gemacht hat. Aber... So, Moment. Wo ist das Ding? Ja, so geht's. So hab ich genug Zeit. Wenn ich jetzt drankomme. Aber... Lasst mich. Mein Gott. Komm nicht dran. Gerade ging's doch. Ach, komm schon. Zieh dran. Damit wir wenigstens ein bisschen Schaden gemacht haben. Aua, 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 aua. Auch den Medizin rein. Da oben schießen jetzt auch welche. Ja, toll. Schieß mich halt noch mehr mit irgendwelchen Scheiß. Aber du bist jetzt in einer guten Position hier. So, du geh mal weg. Und zieh an dem Scheiß. Jetzt haben wir beide Ketten dran. Schnell, 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 so viel Schaden machen wie geht. Gut. Alter, Alter. Ist das ein Scheißboss. Und jetzt trefft das Ding noch. Aaron. Woran ziehst du da? Aaron. Ach, Aaron. Deine Dummheit manchmal ist mein Verhängnis. Das war eher eine Kackstelle. Da hätten wir zu viel drehen müssen. Ah, ist das ein Mistgegner. Man hat doch Zeitdruck, Aaron. So, ich muss da irgendwie rüber. Das ist wieder eine Scheißposition jetzt übrigens. Jetzt trefft das Ding. Ah. Aaron bringt mich zum Weißblut gleich hier. Kann man hier irgendwie außenrum? Kann man da irgendwo, irgendwo? Ach, dieser Scheißdinger. Das ist der erste Boss, wo ich richtig rage, glaube ich. Alter. Meine Fresse. Ist das ein nervender Boss. So, warte. Was machst du denn jetzt? Wo hast du dein Ding? Da. Ziehen wir da dran. Jetzt hör auf mich zu beschießen, du Drecksding. Oh. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Zieh doch. Oh. Und ich glaube, ich kann mir mehr Dinge aufmachen, um das zu erleichtern. Aber ich habe es nicht hingekriegt. Ich bin zu blöd dafür. So ein bisschen ziehen, damit wir ein bisschen was machen. So, jetzt brauchen wir gleich nicht mehr so viel ziehen. Wo ist das Ding? Scheiße, das ist Kacke. Das ist doch wieder Kacke jetzt hier. Ist doch viel zu weit weg. Kann man in die Kapuze? Da prallt man ab. Nö. Also kaputt gezogen kriege ich die anderen nicht. Die beschießt mich ohne Ende. Ich habe da nicht mehr genug Zeit, Freunde. Und jetzt mach mal, dass dein Fleisch und die Scheiße da schön nebeneinander sind. Ja. Oh, das ist das Fleisch auf der anderen Seite. Freunde. Was soll denn das? Geht das kaputt? Nein, es geht nicht kaputt. Was ist denn das? Wie soll ich denn da durchkommen, pünktlich? Das ist voll Lack. Oh, Kanone kaputt. Das ist natürlich cool, dass das geht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann nochmal ne Kanone raus. Dann mach ich die kaputt. Dann hab ich wenigstens ein bisschen Ruhe. Hab ich das vorher gewusst. Aber danke, dass ich nicht auf die Seite durfte. Kackding. Die Kanone kaputt. Ist die Kanone jetzt wieder heile, die andere? Ich hoffe doch nicht. Ich nutze die Runde jetzt, um Kanonen zu zerstören. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht wirklich. Ich glaube, das lohnt nicht wirklich. Aber so weit weg war das gar nicht. Das hätte man gut geschaffen können. Aber nein. Jetzt ist es hier. Ja, toll. Was sagt uns das wieder? Spiel hasst mich. Spiel hasst mich. Diese Kattinger hier. Mann. Diese Krabbelviecher, ne? Das sind die schlimmsten. Nicht Allheilmittel. Doch, Allheilmittel halt alles. Das sagt der Name. Und es trifft Iron wieder nicht. Und jetzt habe ich wieder so einen Scheiß-Schleimvieh am Arsch. Jetzt zieh einmal dran. Komm. Wir werden jetzt einmal ziehen. So, und jetzt zieh einmal dran. Einmal dran. Einmal dran. Einmal dran. Einmal dran. Nein, ich treffe ihn nicht. Zieht dran. Aaron. Ach, Aaron. Aaron. Aaron hat mich enttäuscht. Sau. Zieh dran. Komm. Wir müssen noch einmal dran ziehen an dem Scheiß. Komm, zieh doch dran. Ja, ja, ja. Es ist frei. 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 Und es ist unsers. Alter, was ein Kackboss. Schnell raus hier. Wir haben schon wieder viel zu viel Zeit gebraucht. Wir sind schon viel zu weit im roten Bereich drin. Kacke. Sowas kotzt mich wieder an. Ah, ist das ein Mistboss gewesen. So ein Dreck. Die wurden echt immer schlimmer. Ja, ich weiß. Verwandlung fortgeschritten. Ja, ich weiß. Es tut mir aber leid. Elena, wo bist du? Schon weit. Ja, es ist schon ein bisschen. Elena. Ähm. Hi. Ist da nichts, was ich für dich tun kann, Aaron? Ja, du kannst bitte dieses Meisterfleisch essen. Dies wird machen mich fühlen besser. Ja.